Jürgen Klopp Seit fast vier Jahren in Liverpool. Doch sein Motto ist dasselbe geblieben wie zu Beginn. Ich bin ein normaler Typ. Ich bin der Normal One. So normal sind also die Deutschen in England. Angepasst hat er sich scheinbar wenig. Du hörst sofort, dass ich aus Deutschland komme. Den deutschen Akzent wirst du nie los. Was aber schön ist, sobald du drei Worte Englisch sprichst, machen die Leute hier daraus einen Satz. Sie wollen dich einfach verstehen. So in etwa, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Liverpool hat die Beatles, die bleiben unangetastet. Doch gleich danach kommt im Moment offenbar ein Fußballtrainer. Jürgen Klopp ist perfekt für Liverpool. Klopp ist ein großartiger Typ. Er macht einen tollen Job, ja. Klopp, ein sehr guter Trainer. Er ist brillant. Absolut brillant. Das haben sie vorher auch schon in Mainz gesagt. Wo alles begann. Und natürlich in Dortmund. Mit dem BVB war er zweimal Meister. Den FC Liverpool führt er immer näher heran. An den ersten Titel seit 1990. Die Premier League bietet Jürgen Klopp vollkommen neue Arbeitsbedingungen. An die er sich auch erst einmal gewöhnen musste. Der Job hat sich total verändert. Als ich in Mainz angefangen habe, war ich für absolut alles selbst verantwortlich. Mittlerweile habe ich fast 20 Assistenten. Ich bin jetzt hier wirklich so etwas wie der Manager eines großen Trainerstabes. Ich kann das, weil ich jeden dieser Jobs selbst gemacht habe. Sein erster Titel als Liverpool-Trainer könnte nun ein ganz persönlicher sein. Jürgen Klopp ist als deutscher Fußballbotschafter nominiert. Mir ist die Kraft des Fußballs bewusst. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschen ihre Rolle im Fußball nutzen, um eine Art Botschafter zu sein. Ohne darüber nachzudenken, habe ich genau das getan. Denn mittlerweile sagen die Leute, oh, die Deutschen haben Humor. Sie sind nicht nur pünktlich und so. Wir sind uns so ähnlich und im selben Moment so unterschiedlich. Auch im vierten Jahr als Liverpool-Trainer kommt Jürgen Klopp für seine Verhältnisse noch normal rüber. The normal one eben.